Da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Raft und wir werden jetzt das Geheimnis von Temperance lüften. Tobi, schnuppern mal. Oh, hast du die wieder in die Hand geschissen? Ich hab mir in die Hand gebarft. Was? Was? Oh. Ähm. Dicke Schleude. Wir sind geboren. Sag mal, Fallout 4 anfangen, oder wat? Ja, irgendwie schon, ne? Oh. Ach, der Hinweis nach Utopia. Oh! Eric! Was? Du hast sie alle gebaut. Was? Du hast sie alle gebaut und es gibt einfach neue. Äh, ich mein, das ist mir sogar egal, aber alter Tobi. Tobi, ich flüste dir was ins Ohr, ja? Und du musst, du musst so tun, das würdest dich freuen. Batterien. Ach ja. Ja. Jetzt hab ich doch keinen Bock mehr darauf. Oh, ein Koffer ohne Titan. Oh, toll. Boah, wir sehen cool aus. Und der Hinweis nach Utopia, siehste? Oh, geil. Geil, auf nach Utopia. Was ist denn, aber was denn hiermit? Willst du, willst du das EKG abschalten? Mal gucken, was passiert. Oh! Als ob! Oh! Ähm. Was? Du bist nicht... Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Sie haben mich hier verlassen. Wow. Danke für mich aufzunehmen. Long-term cryo-sleep kann in ein paar Sachen passieren. Neuer spielbarer Charakter, Shogo. Ähm. Sprich mit Sho... Huch! Ähm. Hä? Hä? Das ist lustig. Ich will einfach wieder hierher reisen, um rausfallen zu sehen. Okay. Okay. Ja, okay, lass'n quatschen, Tobi. Komm, wir hauen ab. Barfuß, ne? Der wird ja Spaß haben, ne? Ja, ja. Tschüss, Shogo, ne? Mach's gut. Tschüss. Viel Spaß hier noch, ne? Ah. Wollt ja bei uns mit... Der wollt nicht bei uns mitfahren, ne? Ich hätt' ihn nicht mitgenommen, auf jeden Fall. Der hat mich ja nicht mal angeguckt, der Penner. Ne. Und wir haben ja auch ne begrenzt Essensvorräte und alles. Aber ist schon nice, dass man hier so... Dass es doch scheinbar dann wohl animierte Charaktere gibt. Ja, ja, ja. Das stimmt. Finde ich interessant. Aber auch erst seit Kapitel 3. Und ich glaube, es gibt noch welche bei den Inseln... Kühlprozess eingeleitet. Geil. Äh, bei den Inseln, bei denen wir schon waren. Echt? Weil das sind diese neuen spielbaren Charaktere, die mit Kapitel 3 kommen sollten. Das sind die... Stand ja auch da, ne? Neuer spielbarer Charakter, freigeschaltet. Okay. Okay, cool. Boah, geil. Bist du auch im Sprung hier drauf gelandet? Ja, mit den Anzügen halt auch. Nice. Ja. Das Ding ist, die werden aber nicht lange genug halten. Ich hoffe, die Keller sind, äh... Jetzt frei. Wir haben ja noch was zu tun. Fahr ich ja richtig? Weiß... Weiß ich nicht. Ah, einfach. Wird schon passen. Ja, wir werden schon irgendwo ankommen. Waren denn die Häuser? Ja. Ah, hier. Nice. Geil. So. Hä? Ich hab Schaden bekommen. Was? Bist du abgesprungen? Ja. Achso. Dann ist gut. Wo waren denn diese Keller? Äh, es gab, glaub ich, mindestens zwei, ne? Ach ja, stimmt. Du hast recht, die gab's ja auch noch. Ja, ja, ja. Oh, die die jetzt ganz vergessen. Ja, ja, ja. Ja, wo es Loot gibt, das vergesse ich nicht. So, ich zieh mal Anzug aus. Hier vorne ist einer. Hier vorne ist einer. Wo bist du denn? Ja, wir hätten den Anzug halt brauchen können, ne? Ach, da hinten. Ja, die Frage ist, können wir da auch ohne Anzug rein? Ne? Weil jetzt Kühlprozess eingeleitet ist. Das war die Frage, ob das vielleicht auch für die Tage gilt. Eyo. 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 Sind die frei? Die sind sowas von frei. Nice, Tobi, nice. Ah, ich seh schon, da ist der eingeparkt. Frei wie ein fried egg. Geil. Da ist bestimmt nur so Kappes drin, ne? Oh, hier ist Plastik. Wow. Geil. Oh, Titan. Nice. Oh. Und ein Koffer mit Kamm-Titan. Okay. Hier ist noch Gegenstände. Nananana. Ist auch nur Vorratsräume mit Vorräten. Was... Ja, ist ja okay. Ne Menge Schrott. New Game Plus halt, ne? Ja. Für die nächste Runde Raft, die vielleicht im Anschluss spielen. Geil. Direkt Staffel 3. 2. Oder 2. 2 ist es, glaube ich. 2 wärs dann, genau. Wobei ich glaube, wir werden gar keine Staffel 2 mehr brauchen, ne? Ne. Also ich denke, der wird ja auf jeden Fall noch neue Sachen rausbringen. Also ganz viele tolle neue Gerätschaften, die alle mit 20.000 Titanen gebaut werden. Mhm. Aber Story, glaube ich, wird es nicht mehr geben. Aber ich denke schon, dass er das Game noch ein bisschen supportet, oder? Und dass da noch was kommt. Denke ich auch. Denke auch, dass wir ein paar Sachen nochmal angucken können. Warte mal, wo war der andere Keller nochmal? War der bei der, beim Observatorium irgendwo in der Nähe? Ich glaube ja. Dann, lass mal gucken. Ich meine, der war hier runter, wo wir gerade sind, und dann rechts rum. Achso, warte. Fahr du mal. Endlich sehe ich mal deine breiten Schultern vor mir. Ah, ich hab ja noch trainiert. In dem Fitnessraum hier. Weil du wolltest dir mal wieder die Haare waschen eigentlich. Mach doch doch grad mal, wenn du da hinten eh bist. Vielleicht findest du ja was zu essen. War das hier? Ne, das war nicht hier, ne? Ne, das ist, das müsste halt die andere Seite sein, ne? Okay, dann weiß ich schon nicht mehr. Ich dachte, ich hätte jetzt gesagt, wow. Moin. Uiuiui. Ich dachte, das wäre hier auf der Seite gewesen, oder war es das doch nicht? Ist das hier gewesen? Fahr mal lang. Guck mal bis hier. Cool. So eine Höhle. Ist auch nice, ne? Mhm. Können wir einmal dem Weg folgen. Ah, guck mal. Ah. Perfekt. So. Au. Geil, wie das darf. Oh Mist, ich kann nicht mehr alles mitnehmen. Ich lauf wieder da her und sammle einfach ein. Titan! Nein, Tobi, da sind hier die Titanen. Ich kann's hier mitnehmen. Wo? Ach da. Schrott geht noch. Oh, Bolzen. So, Schrott, hier ist noch Titan. Oh, geil. Oh, hier ist, oh, guck mal, oh. Oh. Oh, hinter dir noch mehr. Oh, oh, oh. Oh, ich komme. Nach unten. I think I came. Oh. From a land, la la la. Hm? Oh, da oben ist noch ne Kiste. Ach so. Schrott, Glas, Schrott, Metallwaren. Naja. 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 Okay. Für Geschenk nimmt man das. Ja, was wir haben, das haben wir. Richtig. Ich würde gerne die ganzen anderen Kisten hier vielleicht nochmal aufmachen. Theoretisch, wenn ich ein Überlebender wäre. Aber, hey. Man will ja auch nicht zu viel verlangen. Das wäre total unrealistisch. Vielleicht ist einfach ohne mich aufgehauen. Viel Spaß an einer vermixsten Insel. Ne, ich wollte mal ganz kurz eben hier nochmal gucken, aber ich glaube hier war nichts mehr. Beim, äh, beim Observatorium, aber da war nichts mehr. Glaube ich. Ich hole dich gleich wieder ab, ja? Ja. Ich, äh, warte hier. So. Oh. Au. Spring drauf. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Ja. Guck mal, echt. Komm mal, echt so ein bisschen wie James Bond vor, ne? Ja, ne? Aber noch mit drauf springen, so. James Bond, oder ich glaube bei Call of Duty, da gab es damals auch so ein geiles Level mit diesen Snow Trooper, äh, mit diesen Snow Speedern hier. Voll geil. Gab's nicht auch bei, ne bei Goldeneye, weiß ich gar nicht mehr. Gab's nicht auch irgendwie sowas? Weder war's bei Goldeneye, oder dann gab's auch noch ein anderes James Bond, war das Nightfire oder sowas? Weiß ich gar nicht mehr. Ich vermische das auch alles so ein bisschen im Kopf. So. Weiter geht's nicht. Wir müssen, den Rest müssen wir zu Fuß weiter, James. Ah, verdammt nochmal. Dafür war ich nicht beim MI6. Bist du ein Moneypenny? Ja, hier haben wir alles, wir haben alles hier, ja, die haben wir alle durchsucht. Okay. So. Ich überlege halt immer noch, ob wir irgendwas vergessen haben auf der Insel, oder irgendwas nicht gefunden haben, oder so. Ich glaube nicht. Bin nicht doof, ich komme grad nicht hoch. Jetzt. Hm. Haben wir auch alle Zettel gefunden? Ich denke schon. Ich mein, das Spiel gibt einem halt auch irgendwie nicht so den Hinweis, okay, du hast jetzt alles gefunden. Mhm. So, das ist halt... Das würd ich mir vielleicht noch ein bisschen wünschen, dass da irgendwie ein Haken an diesen Temperance-Ding hier ist, oder so. Ja, das wär ganz cool. Aber, halt, die Zettel, die, die Seiten sind halt voll, da passt ja auch kein weiterer Zettel mehr hin. Ja, das stimmt. Also im Grunde genommen müssten wir eigentlich alles gefunden haben. Das stimmt natürlich. Ich glaube, es gibt immer Achievements für die Insel, wenn man alle Zettel gefunden hat. Ich weiß aber nicht. Dann haben wir, glaub ich, alle. Weil wir haben, glaub ich, vorhin einen bekommen. Ah, okay. Hab ich nicht bemerkt. Ach, ich hab heute mein Steam-Overlay aus. Ja, hab ich heute einfach mal ausgemacht, das Steam-Overlay. Deswegen bekomm ich da nichts mehr. Nein. Die Achievements will ich aber trotzdem. Nein. Ah, hier fühl ich mich heimusch. Heimusch. So, okay, die Melone fress ich so. Rock'n'Roll. So. Rock'n'Roll, ihr Lammne. Kokosnusshähnchen hab ich bekommen. Nice. Cool. Aber wir haben keine Kokosnüsse. Nee, nicht das Rezept. Ich hab direkt das Essen bekommen. Ach so, ja geil. Aber wir können keine Kokosnüsse anpflanzen, ne? Ja, theoretisch können wir das. Können wir das? Okay, cool. Theoretisch geht das schon. Ja, wenn wir's können, will ich's nicht. Ich möchte mich darüber beschweren, dass es nicht geht. Mich langweilen Möglichkeiten. Ich will die Unmöglichkeiten. I am Elon Musk. Ach, die Werkbänke ist ja noch unten, ne? Nee, die ist oben in der Küche. Rechts im Flügel. Mancher, das ist für mich grad unten, weil ich oben bin. Ah, okay. Du weißt. Ah, natürlich. Ich muss die Werkbänke mal oben auf die Produktionsebene packen. So, Tobi, äh, folgendes. Ach du Scheiße. Wat brauche ich. Mhm. Und folgendes. Die Rick. Oh, den fortgeschrittenen Anker kann man fernsteuern. Oh, das ist nice. Oh, okay. Die Biokraftstoff-Raffinerien. Oh nein. Die fortgeschrittenen brauchen sechs Titanen. Mhm, sehr geil. Und die elektronische Schmelze braucht auch sechs Titanen. Und eine Leiterplatte. Weißt du was schönes? Was denn? Die fortgeschrittenen Batterien, falls du dich erinnerst aus der letzten Aufnahme. Ja, die neuen Batterien. Auch Titanen? Vier. Vier Titanen. Pro Batterie. Oh, ist das toll. Oh, ich bin so froh. Das ist so toll. Das ist... Ach, ich liebe das. Das ist total nice. Bin auch echt ruhiger geworden. Mit Indian. So, das Kokos und Hähnchen pack ich mal mit hier rein, weil... Weil's geht. Ich weiß nicht, was du noch in deiner Tasche an... An... Äh... Ne? An Titanen hast, aber... Wir haben... Neun in der Kiste. Hm. Das reicht doch von zwei Batterien. Das ist so jammerlich. Ach ja. Na ja, wir gucken mal. Wir machen das Beste draus, Tobi. Ich würde sagen, wir steuern noch ein paar Inseln an. Ja? Bis... bis Utopia. Und... Und, äh... Er ist fantastisch. Ich drück mal Control. Ähm... Und, äh... Suchen da vielleicht noch mal nach Titanen. Guck mal. Hast du deine Schamhaare hier verloren? Hast du dich hier rasiert? Tobi, ich hab mich einmal mal rasiert. Nach so vielen Jahren auf See kann man ja mal endlich, oder? Muss das hier am Deck sein, außer dem Titanen? Dein Rasierer ist bestimmt auch aus Titanen. Ich hab mich vielleicht für dich schön... Ich hab mich vielleicht für dich schön gemacht. Das hab ich nie gewollt. Weißt du, wie viele Schmerzen das waren, mit einer scharfkantigen Muschel seine Sackhaare zu rasieren? Ist die Muschel nicht da? Oh Gott. Oh Gott. Einmal den Sack in der Mitte aufgeschnitten. So, aber hier... Ich glaub ich hab noch... Ah ne, es sind Steinpfeile. Ist das deine? Ne, ne? Du hast keine Steinpfeile, oder? Ich hab noch drei, aber... Kannst du behalten, schenk ich dir. Von der Erde. Ja, ne, ich hab auf Metallpfeile umgeswitcht. Aber ich hab... Von 30 nur noch 11. Ich weiß nicht, wo der Rest abgeblieben ist. Ich hab auch nur noch einen. Komisch. Ich dachte, ich hab die mal eingesammelt, aber irgendwie... Vielleicht gehen die irgendwann mit der Zeit doch... Wenn die die einmal verschießt, einmal einsam. Vielleicht gehen die dann irgendwie weg oder kaputt oder sowas. Oder machen Urlaub. Frag mich nicht. Ja, das wird mich nicht wundern. Nö, mich auch nicht. Möbel, Möbel. So, Biokraftstoff, weißt du was? Den füll ich gleich da hinten rein. Ich bin aber richtig rebellisch. Befülle mal. So. Ich glaub wir brauchen gleich eh die Motoren, um hier wegzukommen, ne? Mein ich. Äh, ja, 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 ist richtig. Ja, 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 ja. Ist hier richtig? Mango, Kokosnuss, Erdbeeren, Kartoffeln. Ah. Und bevor wir Utopia erreichen, sollten wir wirklich die Tarn sammeln. Weil ich würd gern die neuen Sachen sehen. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Die Tarn sammeln ist ja auch so überaus erfolgreich und spaßig. Das ist, äh... Kriegen wir hin. Einen elektrischen Schmelzer. Also nicht nur einen, ne? Wir müssen ja... Also wenn wir... Dann müssen wir ja... Und alles braucht man das... Vor allem kannst du immer wahrscheinlich dein Ding da oben umbauen, ne? Ja, ja, ich muss die ganzen Schmelzen dann wegrollen. Also... Wenn wir mal irgendwann die Tarn haben. Du wirst auch die Räume umbauen können, weil die wahrscheinlich größer sind. Das bleibt abzuwarten. Das gucken wir uns mal an dann später. Wobei wir ja dann theoretisch gesehen von den Großen nicht so viele brauchen. Ich mein, da kann man ja auch nur die Hälfte oder so nehmen, ne? Aber irgendwie sind hier... Das kommt eigentlich in die Obst- und Gemüsekiste. Irgendwie hast du ja irgendwann mal was Sachen ausgeladen. Ich... Elektrogrill, fortgeschrittener Scheinwerfer. Haben wir den eigentlich gebaut? Glaube nicht. Ach ja, doch. Das war da... War das nicht der Lampen... Der Stirn-Scheinwerfer? Stirnlampe? Oder... Ach ja. Doch, das kann auch sein. Weiß ich nicht, Erik. Ich hör dir da nicht zu. Gut. Das hab ich auch nicht erwartet. Schon seit längerem nicht mehr, Tobi. Das ist so schön. So. Oh, das sind jetzt die fucking Baupläne schon wieder. Ich werd hier noch unten wahnsinnig... Baupläne. So. Steine. Schrott, Glas, Batterien. Waren die Pfeile über Werkzeuge hier an? Das sind alles Steinpfeile hier, ja. Dann baller ich die mal da rein. Eisenpfeile gibt's hier nicht. Ich würd... Ich würd so gerne erst essen und Getränke und sowas. Ich würd das auch gerne hinstellen können irgendwo. Das wär cool. Ja, wenn das dann auch so dampft, ne? Ja, das wär voll geil. Da kann man die Küche so geil dekorieren. Ja, das wär wirklich cool. Wenn man's irgendwie mit Rahmen löst oder sowas. Mh... Wär auch schön... Wie bei Minecraft damals, ne? Ja. Also damals ist... Relativ. Also auch heute noch. So. Hopp. Hopp. Honig, Honig. Achso, sicherlich würd das Anker schon lösen. Ja, warte. Ich geh mal oben auf Position. Wir müssen auch oben die oberste Etage ausbauen, ne? Das müssen wir auch noch machen. Ja. Ja. So, ich glaub ich muss erstmal hier rückwärts. Und dann... Gerne Anker lösen. Ach, hast du schon? Ist gelöst. Ja, ich seh schon. Wie die Rätsel dieser Insel ist gelöst, Erik. Okay. Ich hab's richtig gefunden, wenn der jetzt hier mit aufs Schiff gekommen wär. Wär dann mit uns nach Utopia so. Weißt du? Das wär irgendwie cool gewesen. Das wär halt auch nice gewesen. Weil man dem irgendwie so einen Raum zuweisen kann, auch wenn der da nur spawnt oder so. Ja, oder so'n Knecht, der hier vor uns kocht oder so. Pah, ja. Och, lass auf. Und ich stell' immer noch mit so'ner Peitsche dahinter und mach' jetzt Koch, los. Ein Knecht, der unten die Sachen in ne Kiste sammelt. Oder so. Oh, voll geil. Oh. Aber nein, der Herr bleibt auf der Insel, weil hier auf dem Boot natürlich zu viel Arbeit ist. Schmarotzerpack. So, dann... Einmal um die Insel rum. Und dann... Knallen wir uns in den Müllstrom drum. Aber richtig. Ja. Hätten wir die nice'n Fangnetze aus Titan, würd ich sagen, dass wir mal so'ne Müll-Menier wieder machen. Aber wir haben ja nur die schlechten. Ja, da lohnt's halt einfach gar nicht. Nee. Das ist ein bisschen Schaden. Da fliegt alles daneben. Das geht ja nicht. Weißt du, was geil wäre, wenn die Netze unten auch normale Fische fangen würden? Das wär wirklich nice. Ne? Das wäre einfach der Dream. Ja, da hast du recht. Und dann einfach so'n geilen dampfenden Wels immer. Ich mag deine Gemüsesuppe, ne, aber... Ja, nee, das wär schon nice. Das wär schon nice, wenn die das... Ne? Wenn da auch mal so'n Fisch drinne wäre. Hup, da kommt das erste Fass. Yay! Ein Viech. Wenn da ein Viech drinne wäre, das würde uns allen helfen. Viech. Ein Viech. Ein guter Viech. So. Oh, der heil unten. Oh, ist die nicht kalt da unten? Oh. Soll ich schon mal die neuen Koordinaten eingeben? Just for fun? Kannst du... Kannst du... Kannst du... Kannst du auch später machen? Ist egal. Kannst du auch... Kannst du auch... Ich weiß nicht. Ist auch egal. Aber dann sind wir halt schon da. Dann wollen wir da auch hin. Nee, ich will... Also ich würd wahnsinnig gerne erstmal ein paar Inseln ansteuern für Titanen. Ja. Da würd ich auch für. Ja. Und wir können halt nix dafür, dass es mit dem Titanen so lange dauert. Und dass alles so hoch gesetzt ist, dafür können wir halt nix. Also wenn wir jetzt irgendwie 50 Inseln anschwimmen müssen, um eine fucking Batterie zu machen. Dann ist... Liegt das leider nicht in unserer Hand. Nee, da können wir nichts für nehmen. Das stimmt. Ja, ja, ja. Nervt mich leider genauso wie eventuell auch andere Leute. Find ich ein bisschen... Es ist halt wirklich so... Es... Einfach ein Spielstrecker. Mehr ist es halt nicht. So... Oh, der Witzger... Herr Kapitän. Was haben wir mit dem Plastik gemacht? Das haben wir in diese anderen Dinger da reingepackt, ne? In die Müllpresse, ne? Müllpresse, genau. Oh. In die Bildseite, wo haben wir das reingesteckt. Genau. Aber da ist noch eine Einzelscholle. Ich weiß nicht genau, ob die zusammenhängen. Ich muss nochmal kurz den Kurs korrigieren, Tobi. Äh... Auch mal sehr weit. So... Mal kurz küken. Ah, okay. Das sind einzelne Eisschollen hier noch. Aber da ist nichts. Schön, dass sie da sind, aber... Die braucht kein Mensch. Sag's ruhig. Nee, guck sie doch mal an. Nee, ist wirklich häselig. Eisscholze. Guck mal, der Brie ist voll häselig. Nee. Entschuldigung. So... Ich glaub, wir schaffen es noch, ohne ihn zu rammen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ein bisschen Vorsicht, aber wegen dem da. So... Und sobald die ja vorbei sind, versuche ich nochmal wieder in den Wind zu drehen. Dann können wir den Motor wieder ausmachen. Ich hab das Gefühl, dass wir die Motoren gar nicht laufen, weil wir so langsam dran vorbeifahren. Ich glaub aber auch nicht, dass wir mit mehr Motoren schneller sind, ehrlich gesagt. Nee, nee, nee. Ich hab ja den neuen Motor noch eingebaut, aber seitdem hat sich nichts getan, irgendwie. Nee. Kann halt sein, dass sie jetzt mehr Benzin fressen einfach nur. Aber es muss ja auch nichts. Muss ja auch nicht. Ich mein, das ist ja kein Motorboot sein, ne? Ja, wär schon schön, wenn man ein bisschen schneller wäre, ne? Also ein bisschen. Einfach nur, damit man schneller Items sammelt da unten. Ja, ja, gut. Da hast du natürlich recht. Ja. Halte für sanftes Drehen. Du könntest mal meine Nippel sanft drehen. Jetzt sehen sie aus wie Korkenzieher. So, ja, gleich, gleich, gleich kann ich wieder einschlagen. Und zwar die Fresse von Shogo. Wenn der uns doch mal voll labert. 300 Jahre Kryoschlaf und macht jetzt große Fresse, wa? Ne, keine Ahnung. Was war eigentlich mit dem? Ich weiß nicht. Vor allem halt auch so in Emotionen kam der da wieder rausgeploppt, ne? Ja, ne? Und nicht so, hä, was ist passiert? Hä, wo sind denn alle? Oder sonst irgendwas. Achso, ihr seid sicherlich... Ich wusste, dass ihr kommt. So, weißt du, hä? Was mit dem? Die Götter haben unser Kommen angekündigt, Tobi. Ah. Okay. So, so, the legend is true. He's awake. So. Okay. Was passiert, wenn ich den Motor ausmache? Treiben wir dann automatisch in Richtung Wind eigentlich? Weil mit der Breitseite... Mit der Breitseite müssten wir eigentlich viel mehr Müll aufscoopen als geradeaus quasi. Weißt du, was ich meine? Ja. Hm. Würde ich gern mal ausprobieren. Jetzt in Folge 7392. Ich hab da schon zehnmal nur die Kommentare geschrieben. Insel, fette Insel voraus. Also größere. Nicht fett, aber... Oh, fett. Geil. Hä? Hm? Aber die Insel hat oben auch ne Funkantenne drauf. Hä? Oh, ist das ne Bieneninsel? Ich glaub, das ist ne Bieneninsel. Könnte sein. Was, was voll geil wäre. Da freu ich mich. Hier dann, äh, Horido. Ja, ist auch bescheid. Ich hör den Ankor. Ja. Ähm. Good load, Bianca. Äh. Warte mal. What? Hä? What, mate? Ähm. Tobi? Ja? Mach mal bitte den Anker. Ja? Wieso raus? Ähm. Ich bin nicht ganz sicher, was wir hier gefunden haben. Kommst du mal bitte und guckst dir das mal an? Hä? Ist das, ich mein, ist es? Sind wir jetzt im Kreis gefahren? Eigentlich nicht. Das wär ja ein Skandal. Wir bräuchten einen neuen Schiffsmann. Oh nein, Boots oder Clouds wieder da. Ich geh mal. Ich hab ein Happy Meal. Wie komm, wie bist du hier rausgekommen? Ah, Cloudchamp, alles klar. Ich will mal ganz kurz, ist das die Insel? Ich weiß nicht. Es sieht halt so aus, aber... Ich hab grad nach Elex geguckt, ich bin so dumm. Ich hab grad geguckt, ob wir Mineralien in der Wand sind. Gut. Wo hast du was gefunden? Wir sind, hä? Wir sind auf der anderen Seite der Insel, glaub ich, angekommen, aber wie? Ist die vielleicht einfach so fucking groß, dass da der halbe Ozean dazwischen ist? Ist das die In... das ist nicht die Insel? Das ist nicht die Insel, das ist ne andere. Hä? Okay, das ist geil. Wo gibt es von der Art mehrere? Das ist aber wirklich nice. Kiste aufnehmen, Schrott aufnehmen, Stuff aufnehmen? Dann, würd ich mal sagen... Ah! Aha! Als ob. Als ob du hier Schätze findest. Ich schätze schon. Hm. Bist ein wahrer Schatz. Ich nehm mal wieder Gegenstände mit. Oh, guck mal, wie süß das von vorne aussieht! Oh! Hallo! Ich schnäufel die Schneeweiße! Ich seh, du hast wieder Spaß. Ich geh mal kurz oben zum Funkturm, ja? Ja. Na, das ist ja was. Und ich dachte schon, ich dachte schon irgendwie, hä? Die Insel... noch mal die Insel? So. Ich freu mich schon, wenn du da zwei Titanen findest. Ja. So, manche Dinge einfach so beschissen gesetzt irgendwie, dass man die gar nicht findet. Okay, hier ist übrigens ein Händler mit dem Eisbären. Da hab ich doch schon gesehen, der Eisbär. Oh! Oh! Oh, Eisbär! Hilfe! War hier auch gerade? Jo! Oh! Oh! Oh'n Freeze. Geil! So, der Eisbär ist weg! Puh! Puh-puh-puh-puh-puh-puh-puh! Lasst mir das bitte ein junger Mann! Oh. Oh. Er klingt aber, als würde er Skyfin, was ich hier mache. Oh. Hit me, Baby! One more time! Endlich bearbeitet mich mal jemand mit nem Speer. Sperr-Mega-Perlz Was? Was? So, also Händler gibt's hier und wir könnten auch wieder fortgeschrittenen Angelköter, ne, kaufen Wir haben ansehen erst 400 von 3000 Das ist doch gut, oder? Ja, dauert noch ein bisschen Ich hab da kein Zeug mit für den, aber Wir wissen, er ist da Ich brauch mehr Metallpfeile Mich wird interessieren, ob hier Sachen um die Insel liegen, wenn man tauchen geht Oh, da ist ja noch ein Bär Ist das deiner? Nee Achso, hier sind aber auch, okay, dann sind wir mehrere Ich mein, für Fleisch kann man die mitnehmen, ne, für den Kühlschrank, oder? Ja, 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 auf jeden Fall Kann man vielleicht auch draus machen noch Ja Ich freu mich auch mal, wenn die Kühlschränke auch voll sind mit Zeug Ja, eben Man weiß ja nie, wann die Menschheit mal wieder ausstirbt Das ist doch scheiß Ding kaputt gegangen Leck mich doch am Arsch Ich bin echt schlecht mit dem Ding irgendwie, keine Ahnung Mit welchem denn? Mit diesem Pieper? Ja Der ist leider manchmal sehr irreführend irgendwie Ja, ne Habe ich so das Gefühl Immer noch elf Pfeile, cool Ich schwimme mal ganz kurz Soll ich mit dem, wenn ich mit dem Pieper übernehmen soll, sag Bescheid, ne? Aha Heißt nicht, dass ich das besser hinkriege, heißt nur, dass Zwei dumme Köppe finden vielleicht Doch irgendwas Äh, rings um die Insel, Tobi Das ist natürlich fantastisch Ja Ist einfach gar nichts Cool Nimm das mal mit Ja, ich Tu, ich habe einen ganz großen Beutel voller nichts drin Hat der Arzt gesagt Okay, warte Äh Ja, hier ist halt wirklich nichts Also rein gar nichts Selbst der Hai ist aber nicht da Hm? Das gibt's doch gar nicht Was denn? Das piepst bis zum vorletzten, dann laufe ich in jede Richtung bin ich jetzt schon gelaufen und dann wird's aber wieder weniger Hm Now you feel my pain Ich kann gleich mal probieren, heißt nicht, dass ich was, aber probieren halt Vielleicht unter, unter der Scholle, Tobi Stop Also hier ist halt nicht, hier ist rein gar nichts einfach Die Abwesenheit von allem ist hier unten Selbst dem Hai ist es hier zu scheiße Kann ich aber auch verstehen Ja Der ist wahrscheinlich grad bei uns auf dem Boot und kocht sich selber was Ja Tja, nö Ne, hier ist nichts Vielleicht auf einer anderen Seite irgendwo, aber die ganze Insel zu umschwimmen Jetzt doch, für einen verfickten Schrotthaufen mache ich das hier, für einen verfickten Schrotthaufen Oh, ich sehe du hast ihn gefunden Leck mich doch am Arsch, Alter Deine Stimme ist so voller Freude und Zuversicht, Tobi Oh Ist nicht mehr normal Wenn du dann wenigstens was finden, wenn du wirklich bei jedem scheiß Schatz wenigstens was finden würdest, ne Nein, dann findest du so einen verwechsten Schrotthaufen, wo eh nur Kacke drin ist, die wir tausendmal auf dem Schiff haben Du probierst, du kriegst zu angestrengt, was ist da los Oh, das regt mich auf Versteh ich nicht Oh, wir sind jetzt bei 33 Minuten, by the way Jetzt bist du auf dem Schiff Ich bin nicht auf dem Schiff, ne, ich suche jetzt noch einen Schatz Ich bin total voller Freude noch was suchen zu dürfen Okay, warte, ich bin wieder auf dem Schiff Äh, was wollte ich hier eigentlich? Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte gucken wegen Müllpress Dingern, aber ich glaube Wehe, es ist wieder nur ein Schrotthaufen Wehe, es ist wieder nur ein Schrotthaufen Lack mich doch am Ort, es ist doch toll, dieses Spiel ist super Ganz ehrlich, ne Auf einer verschissenen Chapter 3-Insel findet man irgendwelche Schrottscheiße, die du sowieso schon auf dem Meer schwimmen hast Manchmal denkt man sich auch Wie konnten es jemals so viele Folgen werden? Es ist ja ein cooles Spiel, die Titansache ist einfach nur richtig assi Ja Da gebe ich dir recht Da gebe ich dir recht So, 15 gepresste Müllwürfel Haben wir hier noch welche drin? Ah, hier ist noch einer Ist denn hier noch was? Ich hoffe nicht, bitte nicht So, äh Die Händlermünzen Was brauchte ich eigentlich beim Händler? Ich hab das schon wieder vergessen Ich hätte vielleicht grad drauf achten sollen, aber naja Man hat ja Sachen zu tun, nicht wahr? Ach, warte, die Fische muss ich verkaufen Das war's Ich hab das Ich hab das Als Käpt'n tu ich mir ein paar Erfrischungsgetränke hier rein So Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen Äh, warum? Oh, ein Pfeil Die kann ich brauchen Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, würde ich sagen Ja, das wird fantastisch Bis zur nächsten Folge Hier Tschü- Ich photobich auch, tschüuuueueueu Vielen Dank für's Zuschauen